Musik Hey, alles gut? Lieber euch? Die Luke war offen. Uns hängt fast erwischt. Was ist passiert? Kleine Schottwelle. Sie haben Glück, dass sie noch leben. Wir sollten den Kreuz vernehmen. Nur weil du schießen kannst, kannst du noch lange nicht kämpfen. Hast du's kapiert? Pass immer, du sagst, Irish. Hey, Irish. Wie gefällt dir das, Baby? Nicht so frech, dass hier sowas steht, aber das Ding ist drauf. Verbündete von Luke. Das Runner. Hier, Runner 1. Schön euch zu wehen, du bist da. Okay, dann rein in die Stadt. Runner 1. Übermacht eure Dektoren und geht zur Rückendeckung. Runner 1, Ende. Verkauf das Dreiste. Wir sind in der Falle. Wir sind in der Falle. Kommst aus. Geht zur Rückendeckung. Versteigte, Panzer. Wir sind in der Dektoren. Wir sind in der Falle. 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 Das war's, we're being awake! Das war's, we're being awake! Lass mich! Lass mich! Lass uns, die Höhung verlaut! Ah, da auf den Parkhaut! Geht da auf den Parkhaut! Ruf! 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 Das sind Pferd nicht steuertes Pollard. Wir können sie abschaffen. Wir müssen nur den Kontrollraub setzen. Seht euch um, aber passt auf Gegner auf. Da, bei der Mauer! Ein Pollard für das Fahrzeug! Ja, ich glaube, Frank hat sie gefunden. Ich sag das nicht, was wir so tun. Wir holen uns hier, was wir hier haben. Ich seh das Flugfeld noch nicht. Es ist richtig. Wir müssen nur den Sprach finden. Da! Auf der anderen Seite des Landtagszentrums! Da ist der Sprach! Frachter! Im Landtagszentrum! Frachter, Frachter! Oben im Gang! Sie ziehen sich zurück! Das sieht nicht gut aus! Feindliche Fahrzeug hinter den Bühnen! Noch einer! Wir warten von uns! Da links ist der Turm! Da ist der Flugfeld! Ja! Die Gatsache nach oben! Vonten! Die Gatsache nach oben! или Die Gatsache nach oben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? 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 Zwei Gegner! Aus der Kanalisation? Hört zu! Wir sind direkt unter dem Flugfeld! Das ist unser Weg, rein! Das ist unser Weg, in einer Kalination zu sein. Es fühlt sich gut an, aus dem Sturm raus zu sein. Hast du die Flags, Peck? Keine Sorge, hab ich. Okay, Peck. Was jetzt? Wir müssen nach oben, um die Koordinaten zu bestätigen. Nein, nein, wer hat dich denn gefragt? Ich will es von jemandem hören, dem ich vertraue. Okay, Koordinaten bestätigen, Signalkistole abfeuern und verschwinden. Schaffen wir! Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Irish und Wrecker schon ewig. Genau wie Dunn. Wer war das Frontleader? Ich bin seit etwa einem Jahr dabei. Was ist mit Dunn? Den hat er das Meer geholt. Ich. Tut mir leid. Das wusste ich nicht.